halli hallo wir haben heute den 23 dezember und öffnen heute tür nummero 23 schauen was heute drin haben am tag nummer 23 ok das ist das in die rohne ein duschschaum von creamy dark ok und mit ob das ist duftet man nicht nussig nach keksteig und einem hauch von pistazien ja muss man wohl mal ausprobieren kenne ich selber noch überhaupt gar nicht aber gut probieren das war's für heute wir sehen uns morgen zum großen finale am 24 dezember